Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat Bundestrainer Joachim Löw gelobt und traut der deutschen Nationalmannschaft die erfolgreiche Titelverteidigung bei der WM in Russland zu. Ich ziehe den Hut, wie er die verschiedenen Situationen bei den Turnieren immer wieder gemeistert hat, wie er vorangeht und der Mannschaft einen Spielstil verpasst, der ihr entspricht, sagte der 33-Jährige von Chicago Fire dem Kicker zu Löw. Der Bundestrainer sei ein Weltklasse-Trainer, der vorangeht und ohne den die Erfolge nicht denkbar wären. Punkt. Zu den Erfolgsaussichten der DFB 11 in Russland sagte Schweinsteiger, der mit Deutschland 2014 in Brasilien den Weltmeisterschaftspokal geholt hatte, Deutschland kann den Titel verteidigen, da sehe ich schon eine Chance. Punkt. Zu den Erfolgsaussichten der DFB 11 in Russland.